Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Survival Games auf dem Mindplex Server, weil auf Gomme wäre es glaube ich nicht so gut verlaufen. Ich weiß nicht, wie es hier jetzt verläuft. Es ist jetzt meine erste Runde. Generell auch meine erste Runde auf Mindplex Survival Games. Denn Mindplex ist jetzt nicht so der Server, wo ich drauf spiele. Außer Masterbill, das haben wir hier oft drauf gespielt. Aber ich bin mal gespannt, wie das hier läuft. Ich habe keine Ahnung von der Map. Ich weiß also nicht, wo hier Kisten verteilt sind und vor allem in dem Texture Pack sind die Kisten so krass schwer zu erkennen. Wie komme ich da rein? Da ist schon jemand. Okay, alles klar. Ja, nice. Ich habe keine Waffe und er schon, aber ich liebe ihn Combo. Als ob ich ihn jetzt kriege. Boah, wenn ich ihn bekommen hätte, ne? Mal schauen, wie es in der zweiten Runde jetzt läuft. Ich werde erstmal versuchen, in die Mitte zu laufen, denn eben habe ich den Start ein bisschen verpasst. Aber mal schauen. Okay, ich habe eine Waffe rausbekommen. Damit bin ich schon mal zufrieden. Da unten ist einer. Mal gucken, ist der gequipped? Ja, der ist schon irgendwie full iron. Alles klar. Wahrscheinlich. Da ist einer am Wasser. Hier liegt ein Kuchen. Wie weiß. Erzähl ich mal ein Stückchen von. Der hat keine Rüstung. Den kann ich kriegen. Komm raus, Junge. Mädchen, meine ich. Ja, komm ruhig raus. Ich habe keinen Bock, da reinzuklettern. Kannst du selber reinklettern. Rausklettern, meine ich. Ja, komm. Ja, nice. Und ich habe was zu essen jetzt. Oh, da ist der nächste. Oh Gott. Der hat ein verzaubertes... Okay, ein Holzschwert mit Bannen. Okay. Ich glaube, ich check bei Player Checker. Dann geht das so perfekt. Hinter mir. Oh. Ja, ist klar. Habe ich den auch gekillt? Hoffen wir mal, dass die Runde hier besser wird. Also, die Runde davor war ja schon deutlich besser. Ich habe ja schon ein paar Kills machen können. Gut, ich habe den Bogen und ein Schwert. Da drüben ist einer. Alles klar. So, nach einem wunderbaren Disconnect bin ich wieder in einer Runde drin. Mein Gott, echt. Dieser blöde Disconnect. Statt mir, dass irgendwie eingeblendet wird. In ein paar Sekunden hier kriegst du einfach ein Disconnect. Guck, dass du jetzt was hinbekommst oder so. Krasse Sachen auf jeden Fall wieder bekommen. Keine Waffe. Ach, es gibt ja hier so eine Border. Du Scheiße. Die schießt irgendwie auf mich. Oder ich finde natürlich so ein Haus. Wo jemand drin steht. Mit Brustpanzer. Zwar ein scheiß Brustpanzer. Aber ist ein Br... Oh Gott, ey. Aber es ist ja ein Brustpanzer. Oh Gott, der ein hat Full Iron. Ich bin weg. Also nicht Full Iron, aber der hat zumindest... So gut wie Full Iron. Obwohl... Komm, ich gehe da hin und staub. Ich versuche, ihn abzustorben. Komm, so viel krass, hast du auch nicht gekippt. Ich habe ihn. Halleluja. Steinschwert. Ja. Ist klar. Ja. Full Iron. Full verzaubert. Kann man machen. Noch eine letzte Runde. Hä? Ich spiele mit einem... Auf einem Feld drauf. Was ist das denn? Das ist eigentlich eine 24er-Runde und ich stehe einfach jetzt mit einem drauf. Unterschnitt ein Pferd neben mir. Kann ich die werfen? Alter, das ist ja das Kett. Ich kann die Äxte werfen. Und die sind dann so stark wie ein Steinschwert oder so, glaube ich. Zumindest habe ich das mal bei Modado gehört. Oh nein, der ist schon full... Ach, komm, warte mal. Ah, ich spiele alles. Als ob ich ihn gemacht habe. Als ob ich ihn gemacht habe. Er hat einfach einen Eisenbrustpanzer. Ich komme dahin mit meiner Kettenhose und meinen Kettenhelmen und einer Steinaxt und kill ihn. Also ich bin so gut wie... Oh Gott, noch ein Gegner. Nice. Okay. Okay, Deathmatch habe ich auf jeden Fall sicher drin. Nur weiß ich nicht, wie der jetzt equipt ist, ne? Der hat, glaube ich, ein paar gekillt oder hat er abgestoppt. Kann natürlich auch sein. Habe ich jetzt nicht darauf geachtet, weil ich achte nie auf den Chat. Und will jetzt auch nicht stehenbleiben und gucken, wen der gekillt hat. Wäre auch ein bisschen unnötig, hier zu gucken. Ich bin auf jeden Fall in der Mitte. Sind Kisten schon gefüllt worden? Ich glaube nicht. Ist ein Kompost drin. Ich kann ja mal gucken, ist der weit weg? 74 Blöcke. Oh Gott, der hat ein Dierschwert. Okay. Ich glaube mal, dass ich tot bin. Okay. Der hat dasselbe equipt wie ich, nur mit Dierschwert. Und ich habe ein Steinschwert. Gut, wie ein TNT gar nicht funktioniert. Okay, der hat einen Bogen. Und Hacks. Nice. Nice! Nice, Mann. Ey, der ist doch was echt geil mit Hackern. Ist ja wie high. Ja, ich würde sagen, leckt gar nicht hier diese Lobby. Haben die auf jeden Fall richtig schön hingekriegt, dass das noch mehr leckt, wie sonst auf dem Server schon. Kann ich hier was öffnen? Komm, öffne aber was. Aha. Interessant. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über eine positive Bewertung freuen. Und macht's gut. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.